Atika präsentiert den Gartenhäcksler GHB760A. Der GHB verfügt über einen großen Einfülltrichter, in dem man dünnes Material bis maximal 10 mm Durchmesser einführen kann. Im Inneren des Gartenhäckslers befindet sich das Auswurfssieb. Die Maschine ist ausgestattet mit einem Hammerwerk mit insgesamt 16 pendelnd aufgehängten Schlaghämmern und zusätzlich bestückt mit zwei speziell gehärteten Wendelmessern. Ein kraftvoller 4,0 kW Benzin-Viertaktmotor garantiert eine optimale Leistung. Der ergonomische Seilzugstarterhandgriff ermöglicht einen einfachen Start der Maschine. Der GHB verfügt über einen elektrischen Sicherheitsschalter, der verhindert, dass beim Wechseln der Messer oder Schlägel oder bei Wartungsarbeiten der Motor gestartet werden kann. Eine große Keilriemenverkleidung verdeckt aus Sicherheitsgründen den rotierenden Keilriemen und die Fliehkraftkupplung. Die große Auffangbox enthält diverse Werkzeuge und Hilfsmittel. Der Motor lässt sich mit Superbenzin einfach betanken. Der Gartenhächsler verfügt über einen optimalen Selbsteinzug. In dem seitlichen Einfülltrichter können Aststärken bis maximal 76 mm Durchmesser eingeführt werden. Real Dismineller Alle Dismine